Hey, ich bin jetzt seit Freitag im NSF, bin hergekommen, weil ich einen schizophrenen Schuh hatte, meine Medikamente umstellen wollte, heute ist Mittwoch, ich komme wahrscheinlich Freitag frei und ich wollte euch nur einen kleinen Teaser für meine Religion, Love and Life, also Liebe und Leben geben, kommt die nächsten Tage ein Video, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich sage euch nur mal die ersten zwei Gebote, nämlich Liebe dich selbst und Liebe jeden anderen Menschen, du kannst nur jeden anderen Menschen lieben, wenn du dich selbst liebst, also, und wenn ich aus dem NSF draußen bin, kommt dann ein ganzes Video, ja, das streiche ich jetzt durch, mir ist leider gerade etwas blödes passiert, mein Papa hat vorbeigeschaut, Ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch, deswegen, deswegen geht es mir nicht ganz so gut, aber wie geht es dir? Und ja, Freitag bin ich hoffentlich draußen, ich liebe euch alle und jetzt schaut es euch mal an, was ich bis jetzt gezeichnet habe. Das ist der Ausblick aus dem Fenster, dann hier, das habe ich gerade angefangen, wie mein Papa gegangen ist, das habe ich gestern am Abend noch gemacht. Sieht man es überhaupt gescheit? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall cool geworden. Das mache ich heute noch, ein kunterbuntes Portal ins Nichts und dann zeige ich euch jetzt noch ganz kurz das. Übrigens, das Radio gibt es auch. Wow, toll. Eben der Name der Religion, drei Herzen, mit denen ziehe ich in die WG. Und hier der Wasserfall. Peace out.